So, hallo, wir machen... Was war das denn? Wir machen weiter mit Super Mario Travelers Demo 2020. Die letzte finale Demo sozusagen und irgendwann ist der Heck dann fertig. Wir haben schon aufgeholt alles, was wir in der ersten Demo gespielt haben, haben wir aufgeholt und ab jetzt wird's neu. Okay, In and Outer Pipes ist ein blaues Level, was heißt, es gibt hier ein Secret, das aber nichts auf der Oberwelt weitermacht. Das heißt, vielleicht ist es ein Hinweis auf irgendwas oder so, man weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall ein Springboard notwendig. Da oben ist ein Schalter. Wie komme ich an den Schalter? So. Ist das das Secret oder ist das einfach nur ein Orb? Wait, wo soll ich hin? Oh, hier hoch. Oh, hier ist mein Springboard. Okay. Jetzt also wieder den Weg zurück. Und dann kann ich das Springboard da hinlegen. Das ist doch nicht nur für einen Orb. Das ist doch nicht nur für einen Orb. Hui. Ja, das sieht eher wie ein Secret aus. Hallo. A new Guests... Ah, new Guests. I was waiting for weeks for new Guests to arrive. Not sure if it's because my house is hidden like this. Anyways, my name is Ludio. Oh, I have three other siblings... 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 Keine Ahnung. Who also live somewhere in houses like this. Also, alles versteckt ja. Okay. They are also hidden. Right, and what do you fordo in these houses? Seems pretty empty and dusty. We like to challenge people. It's our hobby. But we don't do it here. We have bigger houses for that. You get a reward if you beat the minigames. I'm sure you'll get something fun. Now follow me. You'll get to... You'll get to the real minigame house with this pipe. See ya. Okay, also, man kann jetzt hier ein Minispiel spielen. What the heck? Eins Ludio. Minigames with Ludio. Und Phoenix White Musik im Hintergrund. Didi, 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 didi. Und... Undertale Musik. Ah, you arrived. All right, you two. Let's get straight to the minigame, shall we? Aber heißt das, um das minigame zu betreten, muss ich jedes Mal zu dem Haus? Oder kann ich jetzt dann auch... Ne, wir werden sehen. Okay, this minigame is simple. You have to collect 50 coins before the spikes reach you. If you touch the spikes, it's game over. Coins will come out of the pipes above. Also, ich hoffe, ich kann das immer wieder starten und muss nicht immer wieder dann zum Haus, wenn ich nicht sterben sollte. Ach, ne, ich bin ja auf der anderen Oberwelt gelandet, ne? Also, ich muss 15 Coins sammeln. Before the spikes reach you. Aber die kommen ja gar nicht näher. Die sind ja nur da unten. Oh, die kommen näher. Ich hab nichts gesagt. Äh. Wow, wow, das war tatsächlich simple. Wow, you did it. That was great. I will now give you access to a secret button. If you beat my other three siblings, they will give you access to one, two. Sind das die vier Switches? Wahrscheinlich. Ist das... Ja, okay. Nice. Das sind also die Switches. You have beaten Luteos Minigame and pressed his Switch. There are three more Luteos... Ja, klar. Sind da vier Switches. Luteos, the other siblings will be heading somewhere... Okay. Cool. We entered the level to return to World 1. Also, ich muss jetzt nochmal hier rein. Und komm jetzt so wieder zurück. Ah, ja. Das war interessant. Okay. Gut, da jetzt... Das war das, war das, war das. Haben wir gleich das Secret gefunden. Sehr schön. Und damit ist dann auch klar... Was die anderen Minigame-Belohnungen sind, nämlich die anderen Switches. Okay. So. Wir haben aber bisher noch keine einzigen Switch-Glöcke gesehen, also mal gucken, wann das nützlich sein wird. Okay. Da ist kein Orb. Schade. Ich hoffe, es sind nicht in irgendeinem Röhren, aber ich glaube, ob es jetzt hier versteckt. Weil hier sind so viele Röhren. Die will ich eigentlich nicht alle durchtesten müssen. Ein paar denke ich ja, wenn ich dran vorbeilaufe, aber nicht an alle. Oh boy. Oh, die geht zum Beispiel. Oh wait, was... Hä? Wo muss ich denn? Hilfe! Da muss ich hoch. Da muss ich hoch und da ist mein Orb. Okay. Huf. Okay, das heißt, da war tatsächlich eine Röhre, in die ich gehen konnte. Also muss ich die schon gut austesten. Huf. Okay, die weg. Mit Waypoint. Nice. Gut. So. Jetzt sind wir in der Höhle. Das war nicht so gut. Ich muss die da oben austesten. Nix. Okay. Ah, ich dachte, die kriegen einen Doppelkill hin. Oh, die kommt auch so wieder raus. Ah, die roten an die muss ich denken, dass die auch so wieder rauskommen. Okay, da ist aber auch nichts. Ah! Äh. Stirb. Tschüss. Nix. Oh. Hüu. Okay, wir haben gerade den Stern. Das ist natürlich gut. Dann kann ich durch die Dinger hier einfach mal durchpflanzen. Hier. So. Flop. Flop. Das ging in die falsche Richtung. Da ist doch garantiert was drin. Wait. Die Frage ist jetzt. Ich habe fast den Eindruck, als dass es da weitergeht. Und hier hinten ist einfach nur... Ja. Okay. Dahin ist einfach nur der Orb. Gut. Gut. Ich gebe mir auf, pliss. So. 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 Sehr schön. Stevie hat einfach echt cooles Level. Ich sage es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich weiß. Ich wiederhole mich zu 5000 Mal. So. Tschüss. Tschüss. Shell. Aber es ist egal, wie oft ich mich wiederhole. Es ist einfach so. Er hat einfach echt cooles Level-Design. Jedes Mal aufs Neue begeistert, wenn ich sein Zeug spiele. Man merkt halt gar nicht, dass das nicht ein offizielles Spiel ist. Es ist einfach echt schön gebaut. Es ist abwechslungsreich. Es hat coole Ideen. Gut, man merkt es an dem Punkt, wo es eine Demo ist. Aber es ist echt cool. Also, macht halt einfach Spaß sein Zeug. So. Äh. Jetzt. Und die kommt auch nicht raus, weil die ist nicht rot. So. Oh nein, mir fehlt ein Orb. Oh, mir fehlt ein Orb. Okay. Ripp. Gut. 64 Bombs and 64 Jobs. Ich bin mal gespannt, wie viel Orbs wir brauchen, um hier in der Demo zurecht zu kommen. Ob wir da alle brauchen oder ob es hier noch nicht so notwendig ist. Weil, wie gesagt, dann würde ich, wenn es jetzt noch nicht so, ups, wenn es jetzt noch nicht so notwendig ist, würde ich die Orbs erstmal Orb sein lassen. Und mich dann darum kümmern, wenn das Spiel richtig fertig ist. Weil wenn sie jetzt halt, wie gesagt, nicht so wichtig sind, dann, ne. Würde ich jetzt damit nicht meine Zeit. Oh, ich bra- 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 brauche ich da Bob-Oms für? Ah, ich krieg hier auch Bob-Oms. Zack. Warte da. Ciao. Alter. Okay. Boom. So. Okay. Wow, das war ein interessanter Spruch. Oh, lass mich in Ruhe. Ich frage mich, ob er wirklich in dem Level genau 64 Bomben und Jobs eingebaut hat. Kann er gar nicht. Okay, ich kann die Kirchen gehen, gut zu wissen. Dann nehmen wir den auch gleich noch mit. So, gibt's hier einen Pilz? Schade. Da ist mein Pilz. Ja gut, er könnte... Waaah. Könnte eigentlich schon gemacht haben. Uff. Kein Pilz. Will ich da runter, kann ich da... Ah, das sieht verdächtig aus. Aber ich trau mich nicht. Wie lange... Oh mein Gott, der geht bis hoch. Oh mein Gott, der geht bis hoch. So, alles weg hier. Uh. Pilz. Nice. Halt, bleib hier. Brauch dich. Ist da oben mein Orb? Nein. Aber die Orbs sind aber auch gut versteckt, muss man dann sagen, ja? Weil... Also vielleicht sind sie auch schlecht versteckt. Und sie sind praktisch so schlecht versteckt, dass man sie nicht finden kann. Und deswegen finde ich sie nicht. Aber aktuell würde ich sagen, sie sind gut versteckt. Das kann ich nicht vom Gegenteil überzeugen. Okay. Ich will hier anscheinend mir eine Bombe holen. Das heißt, ich löse den Block hier aus. Und dann kommt hier eine Bombe zu mir. Und dann kann ich... Ah, ja. Dann habe ich hier mein... Oh mein Gott, oh mein Gott. Dann habe ich hier meinen nächsten Orb. Nice. Und jetzt kriege ich hier eine Blume. Schade. Aber so weit, so gut. Und hier geht es jetzt erstmal... Ja, toll, jetzt habe ich gerade den Stern. Und jetzt bringt er mir nichts. Aber da ist mein Mittelrund. Der ist mir auch wichtiger als ein Stern. Hier sind die Schilder, wie sie aus... ...Yoshis Island kommen. Ups. Das heißt, kommen da jetzt von hinten irgendwelche Viecher geflogen? Mein Gott. Ach so. Das ist einfach nur... Okay, den kann ich auch nicht. Ist der... Tut der weh? Nein. Der ist einfach nur da. Ich kann nicht mal auf die Ketten drauf. Ich kann nur einfach oben auf ihn drauf. Das ist einfach nur okay. Verstanden. An sich ist er also nur Deko. Aktuell. Vielleicht wird er gleich noch schlimmer. Macht gleich komische Sachen mit mir. Kommt gleich hinterher oder sowas. Wird bisher aber nicht so. Es könnten wirklich genau 64 sein. Wäre cool, wenn er das abgezählt hätte. Bei dem Level-Titel. Wäre irgendwie cool. Ich meine, es läuft ja auch Mario 64 Musik. Bob-Oms Battlefield. Aua. Aua. Oh, hier würde ich auch eine Bombe haben. Da kommen sie auch schon. Das sollte passen. Und dann ist hier mein letzter Orb. Nice. Wir haben alle Orbs. Und dann könnt ihr jetzt auch das Ziel kommen. Klopp. Ziel. Nice. Sehr schön. Okay. Ah, das Ding hat aber auch den Secret Exit. Wo denn? Wo ist denn hier ein Secret Exit jetzt? Ich habe noch keinen einzigen Secret Exit in dem Level, in dem Spiel gefunden. Das gefällt mir nicht. Wo habe ich denn hier jetzt ein Secret Exit verpasst? Hier hoch ist auch nichts. Uff. No. Ah. Aua. Da unten ist eine Münze. Oh, ich habe die Münze vorhin nicht gesehen. Ich habe noch gesagt, das sieht verdächtig aus, ne? Ich habe es noch gesagt. Da ist mein Secret Exit. Puh. Gut, dass wir den gefunden haben. Okay. Ist aber nur eine Abkürzung hierhin. Okay. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das hier irgendwie ein wichtiger Secret Exit ist. Also ich denke, der wird auch noch einfach da hochführen. Aber ich würde trotzdem gerne finden. Ich weiß noch nicht, wo der ist. So, Boss Level. Beetle Panic. Und ist das der normale Beetle Boss? Den er schon mal verwendet hat. So, wir haben auf jeden Fall genug Obst. Vier Stück bräuchte man dafür. Die haben wir. Oh, Terranic-Muss. Musik geht einfach immer. Oh, wir bleiben jetzt hier stehen. Oh, Terranic-Muss. Es ist... Ich könnte es auch immer wieder spielen. Es ist so. Ich meine, ich habe es ja schon mal Let's Play. Wer Terranic-Muss nicht kennt, spielt es selber. Und dann guckt euch mein Let's Play an. Es ist so ein grandios gutes Spiel. Oh, ich liebe Terranic-Muss. Mario, look, it's one of those generated particles, but this one doesn't look like those Dark Ops. It's more like a small cloud. Jetzt geht's in den Beetle da rein. Ooh, schön animiert. Oh, oh. Oh no, it possessed that Beetle and made it grow just like the giant orb possessed every living being on Hayvatia. Come on, Mario. We need to defeat it before it becomes a real danger. We need to defeat it. Nein, das ist ein Boss, den ich so noch nicht kenne. Okay. Den kenne ich doch überhaupt nicht. Hacks. Okay. Aber ich kann mir denken, wie er funktioniert. Okay, cool. So weit, so gut. Ich bin mal gespannt, ob ich für seine Bosse hier selbst jetzt brauche. Also für den, in seinem anderen Hack habe ich selbst jetzt gebraucht, für seine Bosse. Das war nicht, äh, das war nicht mehr feierlich. Vor allem dieser eine, wo man, dieses eine Ding in der Pyramide oder was das war. Okay, der war einfach. Aber war auch nicht erst. Oh mein Gott, das ist noch nicht zu Ende. Ich habe nichts gesagt. Ist jetzt einfach nur schnell. Oh mein Gott. Ja, er ist schneller, aber er kann nicht viel mehr. Okay. Gut, gut, gut. Easy. Au. Das war ein bisschen dumm, aber ist egal. Ich habe genug Pilze. Di, 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 di. Klopp. Haben wir es jetzt? Oder kommt noch eine dritte Phase? Okay. Well, it looks like the beetle is back to its normal size. It also looks like we have defeated that evil particle. I'm pretty sure there's more here on earth. Let's go, Mario. Our adventure has just begun. Und das war Welt 1. Di, 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 di. Also vier Orbs braucht man dafür. Die sollte man hinbekommen. Die sollte man gefunden haben in den paar Leveln. So. Zack. Da drüben ist eine 8. Also wir haben jetzt schon 8 Orbs. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall zum nächsten Boss. Ähm. Aber das ist eine große Welt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Level vom Boss. Mindestens. Oh, die Musik kenne ich jetzt nicht mal. Klingt von irgendeinem RPG oder sowas. Oh, oh nein. Auf den Blättern. Äh. Ja. Zum Glück muss man sie nur eins sammeln. Man kann sie also einfach mit dem Tod sammeln. Ist dann in dem Fall ein bisschen ungünstig, weil man dann die Blätter praktisch nicht hier nutzen muss dafür. Weil man kann ja wie gesagt einfach sterben. Aber an sich ist es auch wieder gut, weil die Blätter halt sehr... Äh. Ja. Unkontrollierbar sind. Oh, ich muss die Röhre austesten. Ich hab die Röhre nicht ausgetestet. Jo. Du wirst auf ewig in der Wand stecken bleiben. Bis ich dich aufsqueene. Dann nicht mehr. Oh mein Gott. So. Röhren austesten. Die gelbe ist verdächtig. Verdächtig. Okay, dann halt nicht. Das war die falsche Richtung. Ich denke, die ganze Zeit ist es windig, aber es wirkt nur... Ups, das verdammt. Aber es wirkt nur... Warte, die Röhre da rum ist verdächtig. Und dann... Oh, ich hab die nicht mehr gesehen. Die Fledermaus, ne? Ich hab die einfach gar nicht mehr wahrgenommen. Das war ja dumm. Das war auch dumm. Die, 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 die. Die, 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 die. So, hoch. Oh boy. Ich dachte, das geht gut. Leider irrte ich mich. Ach, so kommt man hier eigentlich. Ah, ja, so geht's natürlich auch. Sollte ich nämlich mit? Genau dafür. Und jetzt krieg ich hier wieder meine... meinen Pilz. Giebelpilz. Oh, da war kein Pilz. Wo war denn der Pilz? Ne, ich bin ja hier gestorben. Aller Mann 2, deswegen. Nicht jetzt hier. So, ich brauch ein Blatt hier. Da, dieses Blatt brauche ich. Genau dieses Blatt. Nein, ich muss da rein. Danke. Oh boy. Das fährt einfach weg. Ich... Ich seh die immer nicht, weil die so... Oh man, von der Farbe her so sind wie mein Viech. Ich... Ich... Ich nehm die gar nicht wahr. Habt ihr die jetzt gesehen? Oder seid ihr genauso erschrocken wie ich? Ich seh... Ich... Ich nehm die überhaupt nicht wahr, die Viecher. Oh mein Gott. Plötzlich stirbt man und dann erst sieht man, dass es an so einer Fledermaus war. Ach, ich krieg ja hier keinen Pilz. Stimmt ja. So, wo ist das Viech? Da kommt die einfach her. Oh mein Gott. Da, von da kommt die. Die hab ich überhaupt nicht gesehen. Okay, dann habt ihr sie garantiert gesehen, weil sie war ja... Sie war ja sehr deutlich. Oh man. Haltes Blatt grad verschoben. Nein. Oh. Jetzt bin ich wieder ungeduldig. Nützt mir noch nix ungeduldig. Wo kommt... Was? Ich hab doch einige gekillt. Wo kam denn jetzt die nächste her? Bin ich dumm? Wie oft ich an diesen Fledermäusen hier sterbe. Weil ich sie einfach nie sehe. Oder sind die sterben, die nicht nach einmal drauf springen? Und können nochmal. Ne, guck mal, die ist einfach weg. Und wo kam jetzt die andere her? Ich weiß es nicht. Richtig weird, die Viecher. Nein, ich hab jetzt... Wollte ich gerade sagen, diesmal haben wir noch den Pilz übrig. Und dann hat sich das in dem Moment erledigt. Ach, so ein Käse, Mann. So. Stimmt, ich muss hier einfach nur den Orbs sammeln. Ah, ich muss hier einfach nur den Orbs sammeln. Soweit hab ich es schon wieder gar nicht gedacht. Ich hätte es mir ja viel einfacher machen können. Ich hätte ja einfach den Orbs sammeln können vorhin. So, scheiß auf das Viech. Ich muss nicht zurückkommen. Ich muss einfach den Orbs sammeln, dann kann ich ja runterfallen. Und in dem Fall ist, bin ich nicht mal tot gewesen dadurch, sondern wäre sogar zurückgesetzt. Oh mein Gott. Das wäre jetzt so ein Fall gewesen. Wenn das jetzt ein Gegner gewesen wäre, der wichtig ist, um drüber zu springen, über die Lücke. Und ich in dem Moment den Stern bekomme. Ja, dann ist vorbei. Das ist der ungünstige Teil dieser Sterngeschichte. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist recht gering, aber es ist halt möglich. Außer er setzt halt niemals Münzen über Abgründe, über die man mit Gegnern kommen muss. Weil dann kann man in dem Moment auch nicht den Stern Ah, mein Gott, auslösen. Dann funktioniert das auch. So. Irgendwie ist das das Level. Ah, diese... Ein bisschen komisch. Weiß ich nicht. Es wirkt alles so windig und es ist aber nicht windig und es irritiert mich unglaublich. Na, dadurch, dass mir die ganze Zeit so Zeug entgegenkommt und es aber halt nicht windig ist, sondern es nur so aussieht, das irritiert mich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Und dann die noch diese komischen Fledermäuse. Die Mami ja nochmal wahnsinnig. Er geht weg. Da ist der letzte Op. Wir haben alle Ops. Nice. Egal. Nice, nice, nice. So, ab ins Ziel. Dankeschön. Puh. Okay. Plupp, 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 plupp. Bessie Waters. Ich sehe schon den Fisch da im Wasser. Oh nein. Geh weg. Bitte kein Bess. Ah. Das ist... Ah, der kommt ja nicht mehr hoch. Der fällt einmal runter und das war's. Kann ich den abschießen? Nicht, ne? Aber er kann mich natürlich fressen. One-hit sind die immer. Das ist schon... Schon crazy. Guck mal mal. Bisher sieht's ja ganz nett aus. Es sind nicht so viele Situationen, wo man auf ihn runterkommt. Ich hoffe, dass dabei bleibt's. Und es wird nicht super stressig. Okay. Die Musik ist nämlich viel zu ruhig für ein stressiges Best Level. Wo ist mein Orb? Oh nein. Geh heim. Ich muss ihn nur sammeln. Ich muss eigentlich nicht überleben. Aber okay, ich hab's sogar überlebt. Das ist auch hier wieder der Fall. Weil ich kann... Im Prinzip muss ich nur einmal zum Orb kommen und dann ist die Geschichte gelaufen. Ist nicht falsch verstehen. Ich beschwere mich deswegen nicht. Ich sag's nur. Ich sag's nur dazu. Für mich als Spieler ist es cool. Für den Ersteller ist es ein bisschen schade, weil man so bei den Orbs halt die Herausforderung so ein bisschen verliert. Okay. Jetzt kommt hier aber kein... Wenn ich hier unter Wasser springe, kommt hier kein... Kein Base. Okay. Cool. Oh. Den hab ich nicht gesehen. Ah, Menchins. Das ist ganz schön lang. Ich dachte, das ist jetzt für ein Orb. Aber vielleicht wär der Orb hinter der... Hinter der Midway-Fahne gewesen. Mist. Ich dachte, das ist hier ein Secret-Raum. Stellt sich raus. Ist kein Secret-Raum. Da ist auf jeden Fall... Wait. Wo ist mein P-Switch? Da. Gut. Das ist jetzt nicht das Problem. So. Und zurück. Huch. Okay, aber dann fehlt mir bestimmt ein Orb hinter dem Midway-Point, weil da ging's noch weiter. Mist. Egal. Wir brauchen jetzt ja noch nicht alle. Haben wir ja schon festgestellt. Wir werden für die Demo garantiert nicht alle Orbs brauchen. Das können wir uns dann auch aufheben, wenn das Spiel komplett fertig ist. Dann können wir die 100% hier machen. Ich hab immer Angst, dass wenn ich auf die springe, die ihre Stachel zücken. Ihre Stachelkugel. Hätte ich jetzt nicht so die Lust drauf. No! Aber wir haben's geschafft. Und wie angekündigt, da eine Orb fehlt. Okay. Ich wette, der war hinter dem Midway-Point. Da ging's nämlich noch weiter. Aber gut. Goom van Barst Tower. Das klingt nach einem Boss... Also nicht ein Boss-Level, aber zumindest nach einem Mini-Boss am Ende. Ich find das gerade super gut, dass es... Bevor man rein ist, draußen geregnet hat. Und jetzt regnet es im Hintergrund auch. Das ist sehr... Oh mein Gott. Das ist sehr atmosphärisch so. Das macht gerade ganz viel gute Stimmung aus. Gefällt mir sehr gut. Na, hier ist... Im Moment ist noch nicht so ein krasses Gewitter. Es regnet nur. Und wenn man aber dann drin ist, dann ist mittlerweile riesiger Sturm draußen. Und es gewittert und es blitzt. Und so weiter. Wenn's jetzt noch die Möglichkeit gäbe, einfach mal immer so ein Donnergeräusch einzufügen. Das wär der Overkill. Das würde so eine geile Stimmung hier verursachen. Das hätte dann nämlich sowas wie... Mario sucht Schutz in... In einem verlassenen Haus, weil's gerade regnet. Und das hätte... Weil so hat er eigentlich keinen Grund hier reinzulaufen. Weil, um weiterzukommen, theoretisch auf der Karte, kann er ja auch um das Ding rumlaufen. Er muss ja nicht reinlaufen. Aber wenn du jetzt noch die Möglichkeit hättest, da atmosphärisch Donner einzubauen, das würde so viel noch cooler machen. Geht's aber halt einfach gar nicht. Also nicht falsch. Das ist kein... No! Okay. Ich dachte schon, ich versau das. Oh boy. Solche Sprünge sind immer gefährlich. Aber wir haben den Orb. Das ist okay. Ach, das Level hat so eine geile Atmosphäre. Wie gesagt, das ist wirklich so dieses Schloss, in dem man gerade Zuflucht sucht, weil's draußen regnet und gewittert und stürmt. Und alles gleichzeitig. Gut, ob man jetzt nicht draußen regnet, sicherer ist als hier drin, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber egal. Darum geht's nicht. Oh, hi. No. So. Du, 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 du. So was kannst du halt... Das kannst du halt im Mario Maker nicht machen. Na, das mit den Mitteln, die da sind, kannst du halt so eine Atmosphäre nicht schaffen. Muss man halt leider dazu sagen. Man kann viele coole Sachen im Maker machen, aber es ist halt einfach kein... Lunamagic. Das war gerade richtig dämlich. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer Zweierlücke, in der eine Schelle rumgeschossen wird, getroffen werde? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das passiert? Oh, ich dachte, ich wollte mal gucken, ob ich stirbe, wenn ich den Stern habe, aber da war der Stern gerade schon wieder weg. Rip me. Rip me. Nein! Das war nicht, was ich wollte. Wow, 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 wow. Okay. Wah! Das war auch nicht, was ich wollte. So. Hilfe. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Nein, ich hätte mich doch... Wo bin ich vorhin gestorben? Ach ja, in der Lücke wegen der Shell. Richtig. Vielleicht gehe ich dann diesmal einfach nicht in die Lücke. Und schieße auch die Shell nicht vorher weg. Oh nein, was ist das denn hier? Oh nein. Ich meine, ich muss den Ort nur berühren. Ich muss theoretisch, ne? Selbst wenn ich jetzt gestorben wäre, ich hätte den Ort gehabt. Von daher, alles okay. Nein! Ah, völlig, völlig lost. Völlig lost gerade gewesen. Als hätte ich das nicht heimen können. Völlig lost gewesen. Meine Güte. Das war ja jetzt. Wow. Oh, jetzt kann man das testen. Okay. Das war ja jetzt ja... Oh mein Gott. Das war ja richtig... Ich komme mir gerade so dumm vor. In dem Moment, wo ich losgelaufen bin, habe ich schon mich richtig dumm gefühlt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So dumm habe ich mich gefühlt. Oh mein Gott, weil ich genau gesehen habe. Moment mal. Das ist gerade genau falsch rum. Wie habe ich das gerade versauen können? Das ist ja unglaublich. Hier ist es eigentlich sogar besser, klein zu sein. Aber der Sprung geht auch so. Aber uff. Das war... Das war gerade schon ein bisschen peinlich. Jetzt haben wir endlich mal wieder den Pilz da oben drin. Ah, wie habe ich das denn gerade... Ich bin... Er läuft einfach los, während es offen ist. Ey. Richtig dumm der Junge. So. Okay. Äh. Ah, wahrscheinlich gibt es am Ende wieder einen Bosskampf und der ist dann der letzte Orb. Das ist der Bosskampf. Hi. Du bist eine Statue und doch nicht. Who is... Was? Who is... Hä? Who dares interrupts my own slumber? I shall make... Achso, der soll so einen Akzent haben oder was? Okay. Fall Eternity. Na dann. Achso nicht. Achso auch nicht. Okay. Er kann ein Feuer spucken. Ah, und dann schickt er eine Shell los. Soviel zu dem einen Feuer. Das Feuer kann einen auch treffen. Zumindest einen Pilz kriege ich vorher. Das ist ja schon mal was. So, let's go. Hallo? Na. Ey, ich will das skippen. Achso, es ist eh nur eine Screen. Ja, okay. Schick mir eine Shell. Dankeschön. Ah, die soll... Ah, die geht immer zu mir oder wie? Wow, und dann wird er schneller. Das war unerwartet. War ich in die Richtung eigentlich auch nochmal ein Power-Up? Dann könnte ich mir die Blume holen. Nein, war es nicht. Oh, das ist auch interessant. Jetzt ist hier nichts, was... Das ist interessant. Wenn ich zurücklaufe, ist da nichts, was dieses Ding hier losschickt. Und hier auch nicht. Wie kann das denn sein? Die Dinger müssten doch eigentlich... Aber das heißt, ich kann mir einen Pilz holen und da drüben dann die Blume. Und jetzt wird er los... Oha! Das heißt, von links wird das Ding nicht geladen, von rechts aber schon. Okay. Auch interessant. Okay. Wie dumm wäre jetzt übrigens... Achso, ich muss das nur einmal machen, weil... Ne, Quatsch. Das ist blödsinn. Ich habe nichts gesagt. Ich muss es immer wieder machen. Okay. Das macht leider gar nichts. Aber dann sind es einfach weitere Hits, die ich habe. So, gib mir deine Shell. Bam! Jetzt wird das schneller. Das macht ihn fast schon angenehmer, weil er so langsam war, als ist es wieder langsam. Ja, na... Ja, na... Yo, nach dem dritten Mal gibt es immer die Shell. Die läuft einfach raus! Was bist du denn für eine Nuss? Was bist du denn für eine Nuss? So, okay. Wow, okay. Plötzlich kann er springen. Das ist ein gutes Schluss. Das ist ein gutes Schluss. Ein gutes Schluss. So. Okay. Nächstes Mal gibt es dann den Fluss der lebenden Bäume. Allerdings sieht der Fluss nicht so lebendig aus, wenn er so lila ist. Gut. Zählen wir mal kurz durch, wie viel wir schon haben. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das wird dann der elfte Exit. Und der Hex soll haben 19 Exits. Also, ich denke, zwei Parts werden wir dafür noch brauchen. Bin gespannt. Äh, bedanke mich erstmal an der Stelle fürs Zuschauen. Und sage Tschüss!